Hallo zusammen und herzlich willkommen. Heute mal mit einem nicht ganz so lustigen Thema melde ich mich bei euch. Und zwar einer Preiserhöhung ohne Ankündigung im Pledge Store. Gestern, um ungefähr 22.02 Uhr, ist das hier passiert. Auf einigen Discords, zum Beispiel auch auf meinen, gibt es ja diese Progress-Tracker, beziehungsweise eher Star Citizen-Tracker. Und in diesen konntet ihr verfolgen, dass sich da wohl offensichtlich was an der Avenger Titan getan hat und an der Cutlass Black. Aber was hat sich denn da getan? Es gab eine Preisanpassung. Die Avenger Titan von Aegis ist um 5 Dollar im Preis angehoben worden, war dann gestern Abend hier quasi 60 Dollar wert. Und hatte nicht mehr denselben Wert wie so ein ROC zum Beispiel von Greycat, also wie der Rock, der 55 Dollar kostet. Hatte die Titan bisher denselben Preis. Jetzt soll es wohl 5 Dollar nach oben gehen. Und gleiches gilt auch für die Cutlass Black. Da sind es nicht nur 5 Dollar, da sind es sogar 10 Dollar, die das gute Stück nach oben gegangen ist. Und das reicht noch gar nicht. Hiermit aufgeführt ist nämlich nicht die Aegis Vanguard Hoplite. Die fehlt nämlich ebenfalls noch. Die hat auch eine Preiserhöhung um 5 Dollar gekriegt von 235 Dollar auf 240 Dollar. Nun ist ja aber gerade erst die Invictus Launch Week zu Ende gegangen. Und in dieser wurden eben auch reichlich Warbound CCUs unter die Leute gebracht. Unter anderem ein Warbound CCU, Cutlass Black zu Temple Nova Tank. Und das ist natürlich so eine Geschichte, denn diese Warbound CCUs, die wurden quasi keine 24 Stunden später, nachdem man die gekauft hat, damit in ihrem Wert entwertet. Denn die waren auf einmal, ja, die waren ja vorher 5 Dollar wert, womit sie quasi gekauft haben. Wir hatten eine 10 Dollar Ersparnis und diese Ersparnis, die ist dann quasi aufgeraucht. Keine 24 Stunden später hat man hier einfach die Preise angehoben und damit hat man sich sein Warbound CCU irgendwie so ein bisschen umsonst gekauft. Das gab auch einige Reaktionen im Spektrum dazu und einige Threads mit Leuten, die sich natürlich darüber beschwert haben, beziehungsweise die da hier nachfragen. Was soll das eigentlich? Bekommen wir normalerweise nicht Ankündigungen zu Preiserhöhung? Und das ist hier auch beim Top nach oben geboteten Thread die Frage. Und zwar hat man hier mitbekommen, dass wohl die Preise um 10% nach oben gegangen worden sind. Und ja, auch die Hoplite hier ebenfalls 5 Dollar hochgegangen ist. Das ist ein bisschen weniger als die 10%. Aber die Avenger Titan und die Cutlass Black sind eben 10% teurer geworden. Und das wirkt uns jetzt hier ein bisschen komisch, weil normalerweise hatten wir ja immer Ankündigungen bekommen, wenn etwas teurer wird. Das wurde uns nämlich auch versprochen, dass man uns das rechtzeitig mitteilen wird. Und so wurde es auch getan in letzter Zeit zum Beispiel bei der Anvil Hurricane, die ja ebenfalls auf 210 Dollar gestiegen ist von 195. Ja, und hier fragt man quasi nach, soll denn das in Zukunft die gängige Praxis sein, dass man die Preise erhöht, ohne uns irgendwie transparent darüber zu informieren? Oder wird man uns in Zukunft über kommende Preis-Updates denn wieder informieren? Das hat ein bisschen gedauert, hier gab es quasi einige Threads und ihr merkt schon, das hat auch einige interessiert an den Emotes, seht ihr es schon. Und mittlerweile gab es hier eine offizielle Antwort und zwar von dem Silo, seines Zeichens, Community Manager bei CIG, aka Tyler Wittgen. Der schreibt nämlich hier uns in einen kleinen Zettel, beziehungsweise eine kleine Nachricht, dass in der Vergangenheit, also ich lese euch das Ganze mal übersetzt vor, in der Vergangenheit haben wir mitgeteilt, dass das Team den Wert der Angebote regelmäßig überprüft und auf der Grundlage ihrer Erkenntnisse möglicherweise Preisanpassungen vornimmt. In diesem Fall wurde die Avenger Titan, die Cutlass Black und die Vanguard Hoplite angepasst, um jeweils 5, 10 und 5 Dollar. Wir bevorzugen auf jeden Fall eine Vorankündigung, wie wir es kürzlich bei der Anvil Hurricane getan haben. Und wir beabsichtigen, diese Praxis auch in Zukunft fortzusetzen. Um eine angemessene Nachfrist zu gewährleisten, werden wir diese Preise vorerst bis zum 27. Juni zurücksetzen. Man hat quasi diese Preisanpassung, diese drei Stück, die man uns vorher nicht angekündigt hat, jetzt nach dem Tohu Wabo, was im Spektrum quasi hier gestartet worden ist, von den Backers wieder zurückgezogen und sagt uns jetzt, damit bringt man uns die richtige Ankündigung, die wir hätten höchstwahrscheinlich von Anfang an haben sollen, dass wir bis zum 27. quasi hier noch die alten Preise haben und dann höchstwahrscheinlich am 27. Juni die Preisanpassung stattfinden wird, so dass ihr quasi eure Wobahn CCUs eben auch noch einsetzen könnt und eben was davon habt. Ja, Gründe dafür, dass es diesmal nicht so transparent abgelaufen ist, kann ich euch ehrlich gesagt natürlich nicht sagen. Der Silo hat hier dazu auch nichts gesagt, wieso denn dieses Mal dann keine Ankündigung da gewesen ist, wenn man doch in Zukunft weiterhin plant, so wie man es in der Vergangenheit getan hat, uns das transparent mitzuteilen, dass die Preise quasi nach oben gehen werden und wird quasi dann hier auch keinen weiteren Grund geben. In der Community allerdings, muss ich euch sagen, gibt es so einige Vermutungen, was hier der Grund für den Preisanstieg ist und zwar das hier. Hier seht ihr quasi die Einnahmen der verschiedenen Jahre, die wir eben hatten, quasi hier bei CIG und Robotspace Industries quasi auf der Webseite, natürlich nicht nur über die Webseite, das Geld kommt ja auch über die Subscriptions quasi rein, die könnt ihr aber auch über die Webseite abschließen. Auf jeden Fall ist hier alles zusammengefasst und da seht ihr, hm, der Mai, der scheint dieses Jahr nicht so toll gewesen zu sein, wie der letzte Mai. Bisher war man es hier bei CIG gewöhnt, dass es quasi immer mit den großen Sales zu Invictus Launch Week und natürlich auch zu IAE die Rekorde gebrochen werden und immer wieder neue, fantastische Summen rauskommen, was hier eingenommen worden ist. Dieses Mal ist das allerdings nicht so, denn man hat eben nicht ganz so viel eingenommen und das könnte wohl, vermuten einige, auch ein Grund dafür sein, wieso man jetzt hier die zwei zumindest der beliebtesten Zweitschiffe der Becker quasi erhöht, nämlich die Avenger Titan, die ja ein ganz gutes alternatives Starterschiff ist und wenn ihr ein bisschen größeres Schiff haben wollt, dann wäre es die Cutlass Black, die ich ebenfalls schon gehabt habe, genau aus dem Grund, ist ein gutes Multizweck-Schiff quasi für den Anfang etwas Kleineres. Und gerade die etwas Kleineren wurden quasi angehoben mit der Hoplight um 5 Dollar. Ja, und was kann denn das für einen Grund haben, dass es hier weniger Einnahmen gab? Hm, vielleicht den aktuellen Status von Star Citizen, der zugegeben in den meisten Tageszeiten unspielbar ist. Wenn ihr in den Morgenstiten spielt in eurer Region, wo quasi nichts los ist auf dem Server und ihr seid alleine drauf, dann geht es noch einigermaßen, sind normale Anzahlen von Spielern auf den Servern, da kann man es zur Zeit fast vergessen und so gut wie gar nichts funktioniert. Und das hat sich leider auch hier niedergeschlagen. Und zwar die Übersicht der monatlich neu erstellten Accounts. Ihr seht hier die grüne Leiste mit 2023 angezeigt und im Vergleich zu 2022 hat man hier, naja, so ungefähr die Hälfte der neuen Accounts erreicht, die man in dem Vorjahr hatte. Und blicken wir sogar auf 2020 zurück, da gab es selbst da mehr neue Accounts, jetzt eben zu diesen Sale-Events und Freeflight, der ja immer auch damit verbunden ist. Das Interesse an Star Citizen scheint hier also etwas nachzulassen, zumindest könnte man das behaupten, wenn man die Anzahl der neuen Accounts sich anguckt, aber vielleicht hat ja auch bloß der Referral-Bonus diesem Mal nicht gepasst, denn die längeren Backer von euch wissen es vielleicht, die haben oft nicht nur einen Account, sondern zwei, drei, vier für diese Referral-Bonus, die man hätte eben damit einsacken können. Und vielleicht ist das ja hier auch etwas ungenau, ob es denn dann damals wirklich so viele neue User gegeben hat oder ob das nicht wirklich zweite Accounts und dritte Accounts von Backern waren, die bereits Accounts hatten. Ist jetzt so eine Vermutung in der Community, auf alle Fälle war es nicht so schön, das Ganze ohne Ankündigung zu bekommen. Der Tyler Wittgen sagt jetzt auch, okay, ihr werdet wieder Ankündigungen bekommen, das ist quasi jetzt das letzte Ende. Am 27.06. gehen die Preise nach oben für die Avenger Titan, für die Cutlass Black und auch für die Aegis Vanguard Hoplight. Wenn ihr die euch also noch sichern wollt, tut es rechtzeitig. Jetzt habt ihr noch eine Ankündigung und ich hoffe, das bleibt auch so, dass wir Ankündigungen bekommen, denn viele hacken nämlich da drauf rum, dass uns irgendwann mal angekündigt worden ist, dass wenn Dinge geändert werden, dass wir darüber informiert werden und mit dem Respekt behandelt werden, der uns gebührt als Founder, nicht dieses Projekts, aber als Unterstützter, als Hauptgeldgeber dieses Projekts, das ja ohne Publisher abläuft. Und ich würde mir wünschen, wenn CIG sich Mühe gibt, die Backer nicht mit solchen Aktionen, in denen man einfach nur nicht kommuniziert, irgendwie verkrault und denen dann letzten Endes schlechte Laune gibt und auch ein schlechtes Gefühl für ihre Warbound-Ketten, denn es gibt zwar einige Leute, die behaupten, Leute mit Warbound-Ketten würden das System exploiten, aber CIG weiß das schon ganz genau, was die Leute mit den Warbound-CCUs machen, denn die verkaufen die Dinger. Leute, damit wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Ich hoffe, wir werden so ein Erlebnis in baldiger Zeit nicht wieder haben und drückt euch die Daumen, dass ihr eine tolle weiter kurze Woche habt und lasst euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.